Heute ist Dienstag und selbstverständlich ist wieder Dienstag Urlaubstag. Heute sind wir hier in Kreuzburg, in Thüringen und fahren ein bisschen Verra entlang bei sehr gutem Wetter. Und los geht's! Musik 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 So, jetzt sind wir wieder angekommen an unserem Ausgangsort, war eine tolle Runde, die wir heute gefahren sind, schön zu fahren, wunderbare Strecke.